So, meine Freunde, willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind immer noch stuck in der Kanalisation. Ich weiß ehrlich gesagt... Oh, wait, das habe ich gar nicht gesehen. Kann ich da hoch springen? Vielleicht... Okay, nein, er wollte eine auf Parcours machen. Was zur Hölle? Okay, dahinter ist irgendwas. Dann mach das mal da weg. Naja, toll. Wollte jemand ausbrechen? Creepy Musik. Oh, die Zombies sind weg. Die Zombies sind gone. Oh, was haben wir denn da in Office? Oh, okay. Ein Bunker. Das muss man von diesen alten nuklearen Fallout-Seltern sein. Interessant. Das ist ziemlich gut. Schau mal an das. Es ist genug, um Menschen für Monate zu leben zu halten. Stark. Tür. Waffen. Oh. E-Beams. Ich will keinen Hänger. Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Das ist das Grund, dass du gut bist, um sich zurück und wegzunehmen. Jetzt. Schau, ich bin sorry, dass ich dich beschädigt habe, Leute. Ich werde nur gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht und sie wissen, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Es ist mir nicht lieb. Ich weiß. Wo kann er sein? Alles andere hier ist tot. Ich denke, du besser zu sprechen. Ich komme nicht von denen, Frau. Ich komme nicht von denen, Frau. Aber ich habe es gesehen, was sie gemacht haben. Sie machte mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube nicht, dass du auch so bist. Ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Bleib zurück, oder ich schweige, dass ich schaue. Ich habe dir gesagt, er ist ein Lion. Er ist einer von ihnen. Kill ihn, bevor er uns killt hat. Okay, Bro, bitte knall mich jetzt nicht ab. Nicht noch einmal. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Bleib zurück, oder ich schweige, dass ich schaue. Es ist okay. Es ist okay. Vernon, was zur Hölle machst du? Vernon! Relax. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Ich bin nicht von Crawford. Du bist wirklich nicht von Crawford? Nein, ich bin wirklich nicht. Na, wir sind, oder sind. Wir sind, oder waren. Wir sind raus, als sie begonnen haben, zu versuchten, die sich in den Ort zu verletzen. Wir haben, die sick und die alten, damit die perfekte Bevölkerung der Gesellschaft nicht zu verletzen. Keine room für verletzungen, oder verletzungen in der kleine Master-Race. Du bist nicht so alt, also bist du? Du bist nicht so alt. Wir sind alle Mitglieder der Cancer-Survivors-Gruppe, die hier im Krankenhaus befinden. Wir sind in Rehabilitation. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben uns bereits fünf von uns geschlossen, bevor die resten haben, zu holen und sich von ihnen herunterladen. Dieses alte Basement hat seit Jahren verletzt. Was ist das? Der Morgue? Ja, scheint so. Ja, Irony ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich ein Platz für zu verletzen bin. Wie hast du deinen Weg nach unten gefunden? Walker. Ein paar von uns wurden von Walkern auf der Straße gebrochen. Wir kamen hier, um zu weg zu gehen. Jetzt möchte ich einfach raus und zurück zu meinen eigenen Menschen kommen. Das Wasser-System, das du durch kamst, läuft all über die Stadt. Es wird dich, wo du gehen willst. Oh. Kannst du mir den Weg zurück zeigen? Oh, die Säure sind wie ein verdammtes Mase. Hast du die Chance, dass du mir meinen Weg zurückbekommen könntest? Schau, ich würde dir helfen. Aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Die zwei unserer Gruppe sind sick und brauchen konstanten Gebrauch. Und ich bin der einzige Doktor hier. Besonders, warum sollten wir dir helfen? Warum nicht? Ähm. Schau. Es tut mir leid. Ich will nur zurück inscute meinen Menschen. Nach Clementine. Sie ist deine Daughter? Ähm. Nein. Sie hat die richtige Eltern verloren verloren. Ich mache was ich. Du kannst nicht wirklich überlegen, dass ihr mit ihm geht. Es ist alles klar, Brie. Ich hatte eine Daugasse, auch. Sie hat die ersten Tage verloren. Ich werde verdammt sein, wenn ich nur zurück sitze und das jemand anderes zu jemandem zu lassen lassen werde. Was hast du hier? Nichts Worte, ich werde wieder zurück, bevor du es weißt. Los geht's. Die könnten wir ausrauben, fürs Essen. Oh, okay, wir sind da. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, du hast es zurückgebracht. Wer ist das? Er hat es dir nicht über mich erzählt? Entschuldigung, ich denke. Ich bin derjenige, der das Böden auf ihn hat, wenn er mich zurückgekommen hat. Wer ist das Fossil? Wo ist Clementine? Sie ist irgendwo irgendwo. Richtig, ich habe sie und Kenny beide zurückgekommen. Du bist herzlich willkommen, übrigens. Ich denke, du hast etwas, das mir anbelangt. Ich habe mittlerweile drei Knarren am Mann, wenn ich richtig gezählt habe. Meine eigene, die von Penner und die von dem Opiert. Lee, danke Gott, du bist zurück. Christa, was ist falsch? Es ist Omeed. Er hat es schwerer geworden. Viel schwerer geworden. Warum das? Wir haben einen Mann, die verletzt. Wer ist das? Das ist ein Arzt. Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Können Sie ihn sehen? Du musst uns helfen. Bitte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh mich an ihn. Okay, sind die alle oben? Ja, okay, gut. Clementine auch da? Ich hoffe so. Nee, keiner da. Nur dieser... Boy. Omeed, honey. Du wirst alles gut sein. Lee hat einen Doktor. Okay, lass uns ihn ansehen. Ich arbeite besser ohne ein Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von dir selbst zu betrachten hast. Oh, Leute, suchen wir mal die anderen. Clementine. Clementine? So, wo könnten die sein? Ach, gute Frage. Arbeitst... Nee, ich denke mal hier nicht. Das ist so eine Glastür. Ich glaube, hier ist keiner drin. Clementine, bist du hier? Wo ist sie? Schrank? Was ist das so ein... Warum können wir ihn angucken? So ein Geheimschrank? Nee. Gut, hier ist keiner. Sofa... Aber wir können ein Sofa angucken. Look at this. Hier ist keiner. Okay. Clementine, sind Sie hier? Wartezimmer, Schlafzimmer... Ja, die sind oben. Safe, Dachboden. Clementine? Sind Sie da oben? Shit. Wo könnte sie denn sein? Mach mal auf. Kannst du das nicht aufmachen? Okay. Ich hätte jetzt auf dem Dachboden gewettet. Hallo? Oh, die ist mir wieder. Was machst du? Oh, du weißt, nur um die Kumpel. Du findest nichts. Wir haben bereits das Ort. Du wirst überraschend, was die Leute missen. Vertraue mich, ich habe das schon seit einigen Jahren gemacht. Wo ist Clementine? Don't ask me, I'm not her Keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Clementine, come out, please! im Keller ist das Haus nicht, oder? Das sieht nicht aus, wie sie hier ist. Freifert. Ah lol, Jenny, die ist in der Mundzimmer. Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw down again like back on the train? Because I fight better when I'm shit-faced. Hey, take it easy. Think you've had enough? To hell with you! Getting wasted is not going to help anyone. Yeah? Well, what is it? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messin with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Ja, hat er schon recht. Bisschen. Okay. Ähm, wo ist Clementine? Have either of you seen Clementine? Damn if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, how did Clementine sneak out of the house? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic, and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? That's not good enough. Whatever. Don't give me that whatever shit. Just tell me where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or it's your ass. Clementine? Clementine! Ist in dem Schuppen vielleicht? Wo sollt ihr denn sein? Hier drin vielleicht? Schuppentür? Tür ist covered in Vines. Don't think anyone came in through there. Ja, glaubst du, du weißt es nicht. In der Hundehütte. Derico, nein. Im Grab. Wahrscheinlich. Ah, Leute. Wo sollt ihr denn sein? Busch? Gott sei Dank. Das Ding ist, okay, doch im Schuppen. Ah, wie geht es? Was ist da durchgekrabbelt? Irgendjemand klopft dagegen. Also jetzt können wir auf einmal die Turf machen. Gerne, ist die mal hoffentlich da drin. Einfach, ja. was machst du da drin? Hey, girl. Komm, schau, schau, was ich gefunden habe. was hast du gefunden? Ein Schuppen voller? Oh, ein Boot, cool. Das ist, das wird Kenny gefallen. Heilige Scheiße. Holy shit. Swear. Swear. Kenny. Guck, mein Boot. Was bildest du denn? Nicht nur einmal, weil du drunk bist, das ist wirklich da. Ja, Kenny ist glücklich. Glaube ich. Hoffe ich. I don't know. Er ist drunk. Wie geht's, Omid? Omid ist okay, so gut wie kann es erwartet, unter den Verständnissen. Ich habe, was ich für ihn konnte. Ich habe, ich habe die Wunde gesperrt, aber er hat eine wirkliche Infection. Er ist in einem Fieber. Oh Gott. Oh Gott. Wenn du aufhörst, du wirst aufhörst, du machst dir alle nervös. Warum bist du sogar noch hier? Hey, wenn dein Freund wirklich das Boot zu arbeiten, du stehst mich mit dir als Payment für die Erachtung. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Ja, Mensch, wegen Wormnis. Will? Du willst die gute News oder die schlechte News? Die schlechte Nachricht. So suchen wir halt, ne? Sie haben einen lieber Freien. Sie haben einen Hohen. Sie haben einen Hohen. Sie haben einen Hohen. Sie haben ein bisschen zu versuchen. Was soll die Leute machen? Sie haben einen Hohen. Sie haben einen Hohen. Wir müssen versuchen. Wenn es noch Leute in dieser Stadt gibt, die noch immer noch zu sein, die noch zu haben, was es macht, was es tun kann? Fass mich, du wissen das nicht. Ich glaube. Du dachtest mit einem wundeten Mann? Gute Frage. Schlechtend sein. Oh ja. Ich denke, ich kann uns durch, damit wir über den Perimeter gehen und direkt in den Zentrum, wo sie ihre Supply haben. Wir kommen direkt nach ihnen, nehmen sie mit Überraschung, nehmen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie noch wissen, was sie hat. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich schon gehört habe. Ich meine, es ist nahe, aber ich weiß nicht, vielleicht könnte es funktionieren. Ich habe schon gedacht über das, aber noch nie hatten die Leute zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten können, könnten wir es wegziehen. Und was wollen Sie in der Rückkehr, für all diese Hilfe Sie uns geben? Crawford nicht nur hat was Sie brauchen für Ihre Boat. Sie sind auch gut mit Medikationen. Medikation, die meine Leute können, wie Sie können. Wir können das tun. Wir müssen. Ich bin 중에 Handy, oder ich bin, oder weinend. Also, dann haben wir, dann, wir gehen nach Crawford. Anyone anderen mit dieser Planung? Wir werden, dass wir alle von uns brauchen, um das zu ziehen? Wir werden alle aus dem Teilnehmenden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht über Sie, Kiff, aber ich habe ein Schnelle gehabt, und wir sollten etwas anders setzen, und nur da beden, und sterben. Der Boneyen da ist ein Begriff. Wir müssen einfach etwas y basesochen. Wir müssen nur noch etwas vorliegen. Okay, Leute, ich würde sagen, haben wir eine Mission. In der nächsten Folge. Ja, nein, mach ich keine Sorgen, alles ist sie. Ah ja. Okay, das könnte sein, ähm, für Kinder ist es gefährlich. Woher ich gehe, ist es nur zu gefährlich, für Kinder besonders. Du hast gesagt, ich sollte immer nahe zu dir bleiben. Kann ich nicht mit dir kommen? Ja, ich will nicht nein sagen. Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir sagen, du bleibst. Und mach genau, was du dir gesagt hast, die ganze Zeit wir da waren. Okay, ich werde bereit sein. Und was die beste Entscheidung ist, ich weiß es ja nicht. Aber immer wenn ich nein sage, ist sie direkt so traurig. Das ist nicht schön. Okay. Okay. There we go. In the next Folge. In Crowford. In Crowford. In Crowford. Untertitelung des ZDF, 2020